Einer der beliebten Jäger von Gefragt, Gejagt wollte erneut sein Wissen bei der Quiz-Champion unter Beweis stellen. Doch er batzte bei seinem Auftritt nicht nur einmal.Berlin, am vergangenen Samstag durften sich die Zuschauer über eine neue Ausgabe von der Quiz-Champion freuen. Punkt dieses Mal stand das große Spenden-Special an. Auch ein Star aus der Quiz-Show gefragt, Gejagt war mit dabei, um Geld für den guten Zweck zu erspielen. Zwischenzeitlich konnte dieser mit seinem Wissen aber nicht gerade glänzen. Gefragt, Gejagt-Star Sebastian Klusmann stellte sich den Experten. Normalerweise kennen wir Sebastian Klusmann, der zuletzt seine Meinung über das Gendern-Kund tat, als Jäger der beliebten ARD-Quiz-Show gefragt, Gejagt. Punkt doch nun wollte er sein Wissen bei der Quiz-Champion, das Spenden-Special unter Beweis stellen. Punkt dafür musste der 35-Jährige jeweils gegen einen Experten aus den fünf Kategorien Film und Fernsehen, Ernährung, Sport, Erdkunde und Literatur Sprache antreten. Punkt doch direkt im zweiten Duell gegen Fernsehköchin Sarah Wiener patzte Klusmann bei der Frage, was verbirgt sich für den Experten hinter der Abkürzung OK Miss? Hätte der Beliebte gefragt, Gejagt-Star an der regulären Ausgabe der Show teilgenommen, wäre er nach seiner falschen Antwort bereits aus dem Rennen gewesen. Punkt doch da es diesmal um den guten Zweck ging, durfte der 35-Jährige weiterspielen. Punkt auch im späteren Teil der Sendung tat sich Sebastian Klusmann bei der Frage, wie nennt man in der deutschen Grammatik den zweiten Fall? Schwer Als Antwort nannte er den Akkusativ, richtig wäre jedoch der Genitiv gewesen. Schnelles Ende bei der Quiz-Champion für Sebastian Klusmann Für Sebastian Klusmann war es nicht die erste Teilnahme an der Show, bereits im August 2012 stellte er sich bei der Quiz-Champion den Experten, und auch hier patzte er direkt zu Anfang. Punkt doch da es sich damals um die reguläre Ausgabe handelte, musste er die Quiz-Show nach seinem überraschend schnellen Patzer verlassen. Der Beliebte gefragt, Gejagt-Star möchte sich zukünftig einer weiteren Herausforderung stellen, bald möchte Sebastian Klusmann auch noch bei Wer wird Millionär? antreten.